Elektromobilität ist für Deutschland extrem wichtig, weil es einfach der einzige Weg ist, um unseren Automobilverkehr zu dekarbonisieren. Es gibt keine andere Technologie, die im Moment verfügbar ist in der Breite, um das zu tun. Und nur so können wir unsere CO2-Einsparungen im Automobilsektor erreichen. Irren kann einen großen Beitrag in der Elektromobilität leisten, weil wir zum einen die Lösung haben für unsere Kunden zum Laden unterwegs, zum Laden bei der Arbeitsstätte, zum Laden zu Hause und gleichzeitig auch die Intelligenz, die Smartness in die Netze bringen können, um das Ganze wirklich zu erreichen. Um die Elektromobilität wirklich voranzutreiben und durchzusetzen, ist für uns wichtig, dass wir es unseren Kunden einfach machen. Wir wollen Lösungen kreieren, wir wollen Lösungen anbieten, die umfassend die Bedürfnisse letztendlich abdecken. Heißt, das Laden unterwegs, das Laden zu Hause und das Laden an der Arbeitsstätte abdecken. Zu Hause wollen wir all das zusammenfassen von Wowbox-Installationen, die Intelligenz dahinter, um das Zuhause zusammenzubringen, wie auch die Steuerung, die es da fürs Netz braucht, um das Ganze zu gewährleisten. Die Entwicklung der Elektromobilität geht noch weiter. Es wird nicht nur einfacher für die Kunden werden, sondern es wird de facto auch besser und günstiger werden. Wir werden Lösungen sehen, wo ganz einfach der Kunde die Energie, die er mit seiner Solaranlage produziert, in sein Auto laden kann und so vollständig grün mit seiner eigenen Energie fahren kann. Ich freue mich persönlich, dort einen wesentlichen Beitrag mit E.ON tun zu können, um einfach nicht nur uns selber, sondern auch meinen Kindern etwas hinterlassen zu können auf der Erde. Und dazu tue ich alles, was ich kann, um das so schnell wie möglich voranzubringen.